Auch unsere Güter fahren grün. Die ÖBB achtet nicht nur im Personenverkehr auf die grüne Beförderung und CO2-Einsparung, sondern auch im Güterverkehr. Das Güterzentrum Süd in Wien-Inzersdorf setzt hier neue Maßstäbe. Beim Kundenevent der ÖBB Infrastruktur AG wurde über den aktuellen Baufortschritt und die Wichtigkeit des Wirtschaftsstandorts Wien informiert. Ja, es ist das Güterzentrum Wien eins der acht Terminals und Güterzentren, die wir in Österreich betreiben. Es liegt an einem zentralen Knotenpunkt im europäischen Schienensystem. Hier kreuzen sich drei sogenannte transeuropäische Achsen. Es liegt zudem an einer Autobahn und damit ist es der ideale Umsteckpunkt von der Straße auf der Systemschiene. Die ÖBB errichtet seit August 2013 das neue Güterzentrum Wien Süd, einen modernen multifunktionalen Güterverkehr-Hotspot am Rande von Wien. Der Terminal Wien-Inzersdorf soll dabei helfen, den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen und wird dazu beitragen, die Umwelt zu entlasten. Die Bahn, die ÖBB ist eine grüne Bahn. Wir sparen CO2, nicht nur im Personenverkehr, sondern auch im Güterverkehr. Wir transportieren über 90 Prozent unserer Güter mit erneuerbarer Energie. Das ist ein toller Beitrag für die Umwelt. Das ist ein toller Beitrag der ÖBB für die Gesellschaft. Von Anfang an war sich die ÖBB bei dem Projekt aber auch der Verantwortung gegenüber bestehender Lebensräume von Mensch und Tier bewusst. Umweltaspekte wurden dabei gleichrangig mit Themen wie Verkehr, Technik sowie Wirtschaftlichkeit berücksichtigt und ökologische Vorsorge und Ausgleichsmaßnahmen festgelegt. Neben einer 100-prozentigen Geothermieversorgung des ganzen Areals wurde auch das erste Haus aus Vollholz errichtet. Welche umweltschonenden Maßnahmen wurden beim Bau des Güterzentrums noch berücksichtigt? Wir haben geschaut, dass wir gemeinsam mit den Anrainern hier sogar parkähnliche Landschaften schaffen, die auch den Anrainern hier helfen. Die den Anrainern helfen auch nicht einen Güterbahnhof zu sehen. Wir haben versucht, hier möglichst viele Materialien, die anstehen, nämlich Erdmaterialien, wiederzuverwenden für Schüttungen, aufgearbeitet und für Schüttungen wiederverwendet. Dadurch haben wir uns relativ viele Verfrachtungen, also Lkw-Fahrten erspart. Wir müssen da relativ viele Bäume versetzen und die Idee war, Kinder aus der Volksschule gleich aus dem angrenzenden Bezirk, diese Kinder einzuladen, Bäume zu setzen. Und das war, vielleicht sehen Sie das eh, ich erinnere mich gerne an das Ganze noch, es war ein lustiges Erlebnis, ein ganz nettes Erlebnis und ich habe eigentlich begeisterte Kinder gesehen, denen hat das richtig gut gefallen. Und das wurde auch gleichzeitig gemeinsam mit den Lehrerinnen als Lehrstunde für die Kinder, das waren Volksschulkinder, welche Baumarten gibt es, wie wird ein Baum überhaupt versetzt, wurde das Ganze gestaltet und das war eigentlich für alle, für die Kinder und auch für uns ein super Tag. Nach erfolgter Betriebsbewilligung soll der Terminal Ende 2016 in Teilbetrieb gehen. Die Gesamtfertigstellung ist für das Jahr 2017 geplant.